Ahoi und schön, dass du wieder am Start bist hier bei V-Rising. Wir erwachen auf unserem neu gelegten Bärenfellteppich und schreiten in den immer noch mit Ton vollgestopften Hauptraum unseres Schlosses. Hey, so schön ist es gar nicht mehr. Naja, die Hälfte ist schon weg, wir haben ein bisschen was wegräumen können. Wir wollen aber jetzt hier die Bau- und Sortierrunde mal unterbrechen für die nächsten zwei Bosse. Wir haben Bock ein bisschen zu fighten. Und ja, wir schauen mal, was es gibt. Dann bin ich hier in der falschen Adresse. Hier ist es richtig, so Moment. Wir haben letztes Mal den wilden Bären gemacht. Jetzt kommt Quincy, der Banditenkönig, und Nikolaus, der gefallene, traurige Weihnachtsmann. Stufe 37. Quincy, der Banditenkönig, der König der Banditen, einst als Held des einfachen Volkes in Dunlea angekündigt. Sein Mangel an angemessener Ehrfurcht vor der Kirche der Leuchtkraft führte dazu, dass er nach Farbane vertrieben wurde, wo seine Tapferkeit im Kampf den Respekt des Banditentums und schließlich einen Platz als ihr Champion und König einbrachte. Vielleicht war er einmal ein guter Mann. Vielleicht war er auch bald nochmal ein lebender Mann. Nicht mehr lange. Vielleicht war er einfach immer schon ein Arsch. Nikolaus ist ein Nekromant, der wegen seiner Hingabe an die dunklen Künste aus der High Society in Silverlight vertrieben wurde. Ach Mensch, hat er keinen Bock mehr auf den Schnösel. Jetzt lebt er unter den Untoten, die seiner Meinung nach eine weit bessere Gesellschaft sind und benutzt seinen nicht lebenden Diener, um seine Bedürfnisse zu erfüllen und ihm unwillige Versuchsobjekte für seine Experimente zurückzubringen. Ich will gar nicht wissen, welche Bedürfnisse er da mit seinen Untoten... Das geht jetzt in eine falsche Richtung. Hört sich krank an. Hört sich krank an. Nikolaus, du... Der kranke Gefallene. Aber es gibt da einen neuen Baustoff... 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 Wir kriegen hier eine Schmiede und eine Schneiderbank. Und von ihm das Studierzimmer. Das Studierzimmer müsste eigentlich mit in meinen Raum... Aber da ist kein Platz mehr. Ich nehme Quincy. Quincy ist der Banditenkönig, ja... Ich vermute... Also ich vermute mal, er ist in der Banditenfestung. Mit ihren Schild bewährten Mauern thront die große Festung des Banditenkönigs über den Wäldern von Farbane. Ich bin da schon oft vorbeigeritten und da sind Tore vor. Verfallende, verfallenen Schlössern gesucht hast. Vielleicht... Von daher nehme ich mal TNT mit. Und das TNT... Ähm... Wie macht man das? Eigentlich? Auf jeden Fall alchimitisch. Mit Schwefelbrettern und Schleifstein. Kleine Sprengstoffkiste. Ah ja, Schwefelbrett und Schleifstein. Okay. Ich weiß nicht, wie man es nutzt. Ich habe es noch nie benutzt. Das finden wir jetzt heraus. Eventuell noch Tränke mitnehmen hier. Ja, ich schaue gerade nochmal, was ich in meiner... ...Kiste habe. Oh man, viel zu viel Kram. Ich schmeiße es mal irgendwie hier rein. Viel zu viel Kram. Müll ist einfach noch hier rein. Wir sortieren hier den Rest eh noch irgendwann irgendwie durch. Ähm... Studierzimmer. Ah, ich habe noch Schriftrollen, sehe ich gerade. Ist auch kein Platz mehr. Dein Pferd fällt überhaupt nicht auf zwischen der Mühle und der Truhe. Ja, jetzt versuchst du den mal selber umzubringen, aber ich lasse es nicht. Oh nein! Das ist ein suizidgefährdetes Pony. Das ist nicht gut. Ähm... So. Ich muss mal gerade gucken. Ähm... Ich habe ein Blutrosengebräu. Zwei Sonnenwiderstandstränke. Dankeschön. Werkstattwänder. Ich lerne hier gerade nochmal was Neues. Die Glutkette. Okay. Achso. Aber was ist denn hier mit? Im Studierzimmer, das da Forschungstisch, das Studierzimmer gibt es ja jetzt quasi als... Reward. Ja. Ich vermute mal, das ist die nächste Tierstufe. Also wir haben ja hier schon Sachen gesammelt, hier in der, äh, in dem Regal. Ja. 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 Also ich, ich, ich weiß trotzdem gerade noch nicht, was jetzt dahinter steckt, weil wir haben noch von der Arsch viele. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht so viele, also wenn man da eine Schriftrolle lernt, erlernt man da eine neue Technologie oder? Also man braucht 50 Papier zum Beispiel jetzt gerade, in der Stufe, wo wir sind, um eine random mäßige Technologie zu kriegen. Achso. Okay. Und, äh, als nächstes braucht man nicht Papier. Und wie macht man das? Hast du das noch nie gemacht? Ganz oben. Du hast sie dann einfach, du hast sie dann einfach im, im Gepäck und dann kriegst du random mäßig ein Möbel. Ja. Achso. Ja, krass. Okay. Okay. Ja gut, dann auf die Pferde los geht's. Ich bin traurig, dass meine Wälze war nicht mehr da ist. So. Muss ich nochmal so sagen. Aber es steht ja draußen. Das ist nicht mein Pony. Die riecht anders. Ja, bis die mal in die Puschen kommt, das dauert fünf Stunden. Wo ist die Blutspur? Irgendwie hier hoch? Nee. Hier ist die olle... Paloma. Löer Paloma. Löer Paloma. Blanka. Ja. I'm just a Fee in the sky. Äh. Was? Ein Fee in the sky? Ja. Also, a Fee. Nicht a Fee. Ein Fee in the sky? Ein Fee in the sky. 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 Oh oh, was geht hier ab? Überall schießt es. Ich könnte eigentlich noch neues Blut gebrauchen. Oh, es geht eh da lang. Ah, der Tag bricht an. Was haben wir denn hier? Miliz lang... Oh. Miliz langbohren? Ich finde es irgendwie extrem schwer da immer zu sehen. Ich meine vor allem, dass es irgendwie so viele sind. Muss man kurz heilen? Was? Ich muss mich mal kurz heilen. Achso. Ja, alles gut. Ich loop die hier um den Baum. Um die Bäume. Oh. Scheiße, ich bin tot. Ich finde es so schwer in dieser Gruppe zu sehen, welches Level die haben und gleichzeitig irgendwie auszuweichen oder die niederzuschnetzeln, keine Ahnung. Ich plädiere für beschriebene T-Shirts bei denen, wo man das irgendwie besser sehen kann. Irgendein schöner war dabei. Hier. Schurke. 73 Prozent. Nein, das müsst ihr nicht töten. Ich habe ausnahmsweise einmal den richtigen erwischt. So, was bist du für ein Franz? Hast du da auch einen guten? Sechzehn. Egal. Weiter gehts. Okay. Oh Gott. Dein Pferd ist da. Oh shit. Oh shit, jetzt bin ich auch abgemauntet, weil ich niesen musste. Okay, es geht da hinten lang. Was? Hast du alles gut? Hast du den Pferdi? Achso, okay. Okay, wir müssen jetzt hier auf jeden Fall rechts. Blutspur, wo bist du? Dauert ewig, bis sie kommt. Wie gesagt, ich vermute sowieso. Das ist ja der Wahnsinn, was hier abgeht. Sollen wir es denn hier lang? Ja. Ja. Was war denn das für ein Hesher-Trupp? Du glaubst, du denkst, du bist etwas, aber du bist nur gekostet. Ähm, gut. Gut. Du weißt, wo es ist? Oder wo ist die Hutspur? Warum weißt du das? Da geht's lang. Ich hab's doch gerade erzählt. Weil... Dass es beim Fabianwald ist. Weil das bei dem... Die Berlin-Festung. Genau. Weil der Berlin-Lord drin ist. Ja, siehste, wusste ich doch noch. Alles gut. Schatten! Wartest du kurz auf mich? Ja. Da sind wir schon. Bar 10 ist das, ne? Na gut. Okay, Moment. Dann probier mal aus, wie das TNT geht. Da ist auch welches. Ich dachte gerade schon, legst du mir das hier unter den Hintern. Ah, man kann's hinlegen. Okay. Ja, dann hau da einfach hoch. Genau. Ah, okay. Cool. Nice. 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 Ich mag die Sonne nicht. Ich mag die Sonne nicht. Mist. Ist das so schön, nacht. Ja. Ja. Kann ich nicht mehr? Ja. Okay. Weg mit dir Ich weiß nicht Ich wissen was Straßenräuber Ich habe nichts dickes dabei Mist Ich weiß nicht Quincy, wo bist du? Alles schlecht Okay. Oh shit. Irgendein Krieger 45 ist dabei. Ich brauch aber nix, du. Ich glaub, ich würd' ihn nehmen. Na gut, ich hab Schurke 73. Sorry. Habe ich aus Versehen genommen. Es ist okay, nicht so schlimm. Okay, wo ist der Alte? Ich weiß nicht, hier ist es relativ groß. Ja, ne? Vielleicht hier hinten? So, Moment, was sagt denn das Boot? Nein. Ich glaube. Na, hier geht's nach oben, ne? Ich vermute, man muss hier lang. Auf der Map sieht das so aus, als ob es hier oben zu einem Bergfeed oder sowas geht. Ja, muss genau, weil's hier nicht weitergeht. Ja. Warte, bin gleich da. Oh, das ist so warm bei mir hier drin. Heute ist dieser 36 Grad Samstag. Ist das bei dir auch so warm? Ja. Ja. Ah, weg von euch. Das ist so warm. Jetzt kommt. Also falls nochmal ein Juta kommt, aber mein Blut ist so halb voll. Oh, ja, ja, die habe ich auch gerade gesehen. Darf ich die auch machen? Ja, ja. Was ist denn da wohl drin? Irgendwas schniekes. Ähm, 60 Schwefelerz und geschnitztes Holz und so ein bisschen Tünniff. Warte mal. Die? Ja, nix dabei. Hast du, der lebt ja immer noch. Nein! Okay, ich habe rechtzeitig abgebrochen. Wie lange hat der denn überlebt? Oh, da oben. Jetzt geht's ab. Hm, bin gespannt. Er sieht jetzt schon ein bisschen offizieller aus. Ja, ja, okay, los geht's. Moment, haben wir die Tränke noch? Gebäude der Wildheit. Ja, das nehme ich. Hast du das zufällig nochmal? Leider nicht. Ich könnte TT werfen. Ach. Äh, joa, mach was. Tu, was du nicht lassen kannst. Ansonsten rauf da einfach. Willst du irgendwas machen? Ja, okay. Mach keine nix hinbauen, schade. Okay, ab geht's. Jetzt gibt's Stress. Er hat irgendwie eine ziemlich fette Waffe und ich würde mich von ihm nicht wegrammeln lassen, glaube ich. Mm-hmm. Show me what you've got! Ja. Wow. Hihi, der hat voll in die falsche Richtung gerannt. Ey, wir sind hier, Quincy. Was geht? Bleib hier! Hä, wo ist er hin? Bleib hier! Ich weiß nicht, er macht einen Schild an, oder so einen... Oh, okay, krass, it's... Shit, da hinten! Ui, das war knapp. Jetzt guck dann in den Abgrund. Okay. Kann ich mich mal kurz heilen? Ich hoffe. Jetzt war gerade, glaube ich, ein schlechter Tausch, den ich gemacht habe. Shit. Tell me what you've got. Close to Hamminglash. Hamming. Nice. Da 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 da. Gewinnung von Beeple Lat. Bye bye, Quincy. Tschüssi. Ups. Bist du da runtergefallen? Ich bin runtergejumpt. Guck mal, ob da oben noch Loot ist. Da liegt er an der Klippe und hier hängt seine fette Armbrust. Ach, Armbrust, sein Schläger da. Na, ich fand die, äh... Bisher die Doiden war ich am schlimmsten. Die was? Die Doiden. Äh, ja, ich auch. Weil's einfach super... ...unübersichtlich war... ...weiß gar nicht genau, warum. Irgendwie war's wirklich am schwersten. Ja, weil man halt einfach die Schmetterlinge da plathauen musste. Weil es sonst so viele waren, dass man einfach unweigerlich irgendwie immer getroffen wurde und... ...ja, keine Ahnung. So, heilen wir uns erstmal ganz gemütlich hier im Schatten. Aber... ...bei der... Achso, bei der Feenkönigin habe ich total oft daneben geschossen. Weil die sich halt immer geportet hat. Und irgendwie habe ich immer geschossen, wenn die sich gerade geportet hat. Was ich ganz schön ätzend fand. So, ein bisschen... ...innerlichen Sunblocker. Aber eine Truhe oder so war da oben nicht mehr. Habe ich nicht gesehen. Ja, muss ja auch nicht. Ah, es brennt. Au, au. Wo sind denn wir hier gerade? Aber wir sind fast... ...we könnten wir fast ein neues Pferd besorgen hier. Nix da. Ich habe mich schon gerade gewundert, warum kein Widerspruch kommt. Weil ich hier einfach am Fighten bin. Ja? Weil ich am Fighten bin. Achso. Ja, aber da du nichts gesagt hast... ...ist es jetzt beschlossene Sache. Na ob. Du hast den Leuten versprochen, zwei Bosses machen. Machen wir. Und auf dem Rückweg nehmen wir noch ein Pferdchen mit. Noch ein Pony. Warum sind denn hier so viele? Das Respawn. Schatten. Ja. Die gehen jetzt wieder zurück. Ich habe gerade auch überlegt, ich habe keinen Bock, die eigentlich nochmal zu machen da gerade. Ähm, das Einzige wäre, ich bräuchte auch neues Blut. Ich schiebe mal ganz kurz rein, ob hier jemand... Das ist ein Schurker 8. Weil ich meine, hier waren halt auch schon Gute dabei, so ist es nicht... Was wollt ihr denn alle von mir? Ich will doch nur ein von euch. Ich habe schon wieder den Überblick verloren, wo der ist, den ich haben wollte. Irgendwo war einer. Du kommst ja eh mit denen klar. Hier ist die Sonne. Hier ist ein bisschen Schatten. Ich glaube, hier ist noch irgendwas Besseres. Was sagt mir mein Vampirbauchgefühl? Mein Feinschmecker Vampirzahn riecht hier noch irgendwo leckeres Blut rumlaufen. Und hier oben ist da noch jemand. Was bist du denn? Schurke 14. Besser als alles, was ich gerade habe, also... Puh. Fack Sonne, ey. Hier ist so wenig Schatten. Okay, Schurke 14. Das ist nicht das Beste, aber... Egal. Zaunschatten. Ah, wo ist denn mein Pferd? Hier bei mir. Wo ist die Brüder? Püttchen. Moment. Hast du noch was? Ich habe mich geheilt. Achso. Okay. Wir müssen eh runter. Ja. Ich habe gerade gedacht, irgendwie wäre ich gerne gesprächig, aber irgendwie ist es so warm heute. Mhm. Was ist das? So. Hier ist es, glaube ich, schon. Ich glaube, wir müssen zur Gruft. Ah, okay. Aber ich brauche auch nochmal Blut. Oh, nee. Komm, hör auf, du Steingwolem. Hättest du gerade im Banditenlager auch irgendwas schnabulieren sollen? Da kommt was. Oh Gott, der braucht ja ewig. Gut dann. Ich habe da. Ja, hast du? Ich hätte gerne diesen Steinwolem. Hallo? Wo bist denn du jetzt? Klar, okay. Moment, ich muss nochmal gerade einen Schluck heißen Kaffee nehmen. Bei den 36 Grad hier heute. Sonst hat frierst du noch. Anders ist das nicht auszuhalten. Hey, da ist ein Kuhrohr. Das ist das nicht auszuhalten. Das ist das nicht auszuhalten. Ich hab's nicht das für gesehen. Ey, die sollen mein Blut nicht verbrauchen. Sie verbrauchen dein Blut? Na, wenn sie mich irgendwie mal treffen. Dann verbrauchen sie rein theoretisch mein Blut, also indirekt. Es ist blöd, wenn man die nicht aussaugen kann. Naja, du hast ja noch Blutlosentränke, oder? Ja, hab ich noch. Moment, ich guck mal grad, ob ich was wegschmeißen kann. Irgendwas unwichtiges. Ich glaub, hier Holz. Ich mein, hier so ne Lilien, die gibt's glaub ich nur hier, ne? Ich hab die schon eingepackt. Sehr gut. Okay. So, wo geht's weiter zum Mopsi? Hier lang. Hier oben? Ja, sieht auf jeden Fall sehr zentral aus. Sieht gut aus. Oh, das Spiel ist schwer. Ganz schön viele. Die haben so mehr Klasse statt Masse irgendwie. Äh, Masse statt Klasse, mein ich genau andersrum. Da wird ja die, ja, okay. Verschillte Anzupie hier. Äh, okay. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, zu Hause muss ich mal bald ein paar Blutrosen anpflanzen. Hab ich so ein Gefühl. Gibt's denn hier noch irgendwas Kühles? Also, ich glaub, die Gräber hier kann man looten, ja. Mhm. Diese Särge. Oh, und schon geht's noch weiter, ja. Aber hier ist es so schön wüsterig. Hier fühl ich mich ganz zu Hause. Ich sehe da kein Sonnenlicht. Oh, wenn's hier kein Sonnenlicht gibt, dann ziehen wir hierher. Hier ist immer so ein, äh, Riethofsnebel. Da oben ist er. Der Nikolaus. Nikolaus, der alte Nico. Da hängt er ab mit seinen untoten Lüstlingen. Lüstlingen. Du Sklaven. Oh, er macht auf jeden Fall irgendwas Explodierendes. Oh nein, mir ist es schon wieder so einer mit einer Million Diener. Oh, weg mit euch. Echt. Ja, ich hab Angst. Oh, shit. Oh, das ist nicht. Er macht aber schön. Oh nein. Ich hasse das, wenn er sich wegfrohrt und die Ollen... ... ... ... ... Oh oh, das ist aber nicht gut. Ich glaube, ich glaube oder? Also ich weiß nicht, ob ich es schaffe, dich wieder zu beleben. Nee, du hast ja auch kaum ein Leben. Ich glaube, ich glaube. Ich bin auch tot. Der ist auf jeden Fall schon ein bisschen heftiger. Ja, nimmst du den Osten oder den Westen? Moment. Weiß ich gar nicht. Wo bin ich näher dran? Ich glaube, Osten haben wir ja freigeräumt, den im Osten. Na, der Nikolaus, das ist schon wieder so ein bisschen so ein üblerer Geselle. Ja. Also den davor, den fand ich relativ gemütlich. Ja. Aber der... Moment. Ich komme. Was habe ich hier? 6% Schurke? Not good enough. Ja, wir können ja mal hier kurz durchgucken. Ja, hört sich gut an. Hallo, ist hier jemand mit einer sehr guten Blutgruppe? Oh nein, das ist Kylie. Oh nein. Kylie ist mad. Oh nein. Hier ist ein 26er Schurke. Kylie will irgendwas von mir. Sag nein. Mist, ich habe nur 1% Krieger. Der sah aber irgendwie am stärksten aus. 6% Schurke. Hast du schon einen guten erwischt? Halbwegs. 26, okay. Hier ist noch ein 19er. Ja, würde ich nehmen. Ich habe nämlich noch nichts Gutes. Wieso bist denn du ausgetraut? Jetzt geht's. Du kannst nicht hintereinander... Guck mal, warum nicht? Ich bin ein sehr gieriger Vampir. Ich will sehr viel Blut haben. Gerne. Du musst doch drin sein. Aber du musst auf die Blutfettwerte aufpassen. LDL und HDL? Kein Problem, ich bin eigentlich eh untot. Das sollte eigentlich... Das sollte mich nicht mehr interessieren. Hm, ist mal untot als Vampir? Eigentlich ja. Nee, Moment. Also sind Lebende nicht eigentlich Untote? Weil du bist ja untot. Nicht tot. Oder sind Untote einfach lebende Tote? Hm. Hm. Was haben wir hier? Baba 8 und... Irgendwas anderes Doores. Aber so gesehen sind Vampire ja auch tot. Also ich glaube, sie fallen unter die Klassifizierung der Untoten, oder? Hm. Wahrscheinlich. Wir bräuchten einen Untotologen. Oh nein, ich hab keine Lust... Oh nein, noch nicht während des Tages. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, hier Schatten. Das ist gut. Ich mag diesen Ort. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr sympathisch. Oh, fette Tor. Oh, ja. Ja, in der anderen war auch nichts so Megamäßiges drin. Ein paar Klunker. Wieso hast du denn nun einen Frauenschatten? Ich hab grad gesehen, du hast einen Frauenschatten. Wenn du dich bohrtest. Echt? Er sah auf jeden Fall sehr feminin aus mit Wespenteil. Ja. Aber du hast natürlich auch einfach einen sehr... Du hast halt einfach eine gute V-Statur. Breite Schultern, schmale Hüfte. Das hier ist dein Behälter, das ist nicht meiner. Meiner liegt genau hinter Kraftzahl. Das ist deiner, ja. Das ist meiner? Meiner ist hinten, ja. Ich guck aber nochmal, ob ich... Ja, was haben wir von dem für einen Skill bekommen? Von dem dicken... Ah! Gnadenloser Angriff. Das ist ein Ulti. Unter Chaos. Äh, Moment. Ach Mensch, ich wieder mit den Tasten hier, ey. Welche Taste ist das? Nochmal bitte. Wo man da reinkommt, sind Fähigkeiten. H? Äh... Moment, ich muss dir überlegen. Tab. Escape. Äh, T. Aber du hast doch gerade reingeguckt, oder? Ja, Moment. Ich muss jetzt überlegen, weil du mich fragst. Äh... Denk nicht drüber nach. Guck einfach nochmal rein. Dann drückst du ja das Richtige. Ja. Okay, danke. Alles, was weit weg ist von WASD, ist kompliziert. Ähm... Blutrausch. So. Boah. Boah, ich weiß nicht. Mhm. Ich werde mal den Spektralwolf probieren, weil der auf andere überspringt. Hm, ja. Wegen den... Das kann echt gut sein. Ich glaube ich nämlich auch. Ansonsten Gutschaden macht auch noch der Knochenhaufen. Also der hat 140 magischen Schaden. Das ist auch nicht so schlecht. Oh, oh. Ich dachte gerade, ich habe die Sonne auf meinem Pelz gespürt. Wie gesagt, war es den Klaten. Warum habe ich denn verstärkte... Ja. Warum habe ich denn verstärkte... Achso, weil ich jetzt gerade quasi neu gestartet bin. Ich habe verstärkte Sachen drinne. Ne, findet man manchmal. Okay. So, das ist hier das Richtige. Ich muss mal gerade meine Tränke unten reinschmeißen. Das passt. Wo sind sie? Ey, verzieh dich. Ich mache hier Einstellungen. Was soll denn das? Das ist voll unhöflich. Das macht man nicht. Oh, Moment. Moment. Ich habe irgendwie keine... Ich habe gar keine Heilungstränke mehr. Vielleicht liegen die da drinnen, weil da liegt was Zeug von dir. Ne. Habe ich alles aufgebraucht? Oder ich sehe es gerade nicht. Hier ist... Ne, hier ist Wasser. Nö, 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 nö. Hm. Ich kann mich nicht daran erinnern, ungezieferselbe zu haben. Bist du sicher, dass das mein Blut war? Ich bin vorhin bei ihm gestorben, da hinten. Okay, dann hilft ja nichts. Los geht's, wa? Hast du auch T ausgewählt jetzt als Fähigkeit? Was? T? Wenn du bei J guckst und da Chaos. Wir haben jetzt den Skill ganz unten bekommen. Nadenloser Angriff von dem Quincy. Ich habe noch Chaos Schleier. Ist der andere besser? Ne, es ist was anderes. Neue Fertigkeit sozusagen. Ja, ja, das habe ich gelesen. Aber ich finde das andere, glaube ich, besser. Es ersetzt ja nichts. Hä? Ja, das geht los. Aber! Halt! Halt! Okay, komm mal her, mein Freund. Was ist das? Hm. Ah shit, mit dem letzten hat er mich erwischt. Oh Gott, sind das viele. Voll übertrieben, ey. Was ist das? Was ist das? Oh Gott. Ich bin tot. Ah shit. Ähm. Mach weiter und ich laufe. Das waren so mega viele, ey. Lauf, lauf, lauf. Soooom. Gibt es da Lix? Lass mich in Ruhe, wir haben schon gefeilt. Wir haben schon unsere Aufgabe. Ah, ich bräuchte noch irgendwie Blut eigentlich. Eigentlich irgendwie. Aber egal. Halt, Moment, ich muss doch da schon hoch. Sieht hier mal alles so doof nach Schlosseingang aus. Suddala. Okay, ich muss da irgendwie weiter nach oben. Ich versuche hier einfach dran vorbeizulaufen. Wir sollen uns schon mal in Ruhe lassen. Es sind zu viele. Wurde ab! Your bones will be mine. My bones will be mine. My bones will be mine. Ich versuche hier die Flucht. Wir sollen sie jetzt nicht richtig fortnehmen. Ich versuche hier auch die Flucht. Ich versuche hier zu wollen. Ich versuche hier zu machen. Ich versuche hier zu unseren Flucht. Oh, es wird sie nicht falsch verfallen. Oh, es wird sie nicht falsch verfallen. Die Flucht. Es ist mir betant. Ich versuche hier nicht zu Hause. Nicht so lange nur noch mehr. Ich versuche hier nicht zu Hause, Oh, die sind alle porterig. Nein, ich bin schon wieder tot. Und du kannst mir wahrscheinlich, glaube ich, wieder nicht helfen. Nein, ich bin ja selber am Schwitzen. Ah, damn it. Okay, halt. Halt durch. Einfach rennen, rennen, rennen. Okay. Stipp, stapp, stippel die Tapp. Auf, kleiner Wolf. Oh, alles Glätte. Was soll man damit? Aber ich habe eh keine Zeit, mir jetzt irgendwie noch eine gute Blutgruppe zu suchen. Die Zeit drängt. Die Zeit, sie drängt. Komme ich hier rüber? Ja, cool. Lass mich in Ruhe, ich bin nur ein Wolf. Ich bin eine gefährdete Spezies. Sie wollen meinen Pelz. Du lebst noch? Ja. Läufst du die ganze Zeit weg quasi, oder? Ich schlafe die ganze Zeit im Kreis. Okay, egal. Ja, gut, so halt durch. Ich bin schon wieder im Friedhof. Und als Wolf eile ich ganz, ganz fix an allem vorbei. So, gleich bin ich wieder oben. Er ist gleich. Gott. Das war schon so ein bisschen so ein Krepelboss, ey. Echt? Oh, ja. Der war schon eklig. Weil einfach so viele von den Kacktypen gesporned sind. Also mit dem immer so ausweichen würde es ja noch gehen, ne? Aber wenn du dann halt noch kämpfst, dann... Oder? Ja, klar. Schon schwierig, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, welcher. Nehmt das auch noch mit. So. Ja, ihr schafft, ne? Ende aus Nikolaus. Feierabend aus dem Haus. Nikolaus, wir gehen nach Haus. Oh, jetzt sind die auf dem Feld, bitte. Aber... Hier können wir runterjumpen. Ich möchte mir noch ein Pferdchen mitnehmen. Aber du hast noch ein Pferdchen zu Hause. Hier. Du verstehst das nicht. Ja, aber ich brauche eine Bälze-Bar. Du verstehst das nicht. Ich muss, wenn ich mir so ein Pony hole, dann muss ich das irgendwie betatschen. Und so, weißt du? Und dann habe ich... Ah! Ich bin echt tragisch, aber es hat mein Pferd erwischt. Na, komm her, Kleines. Ich nehme dich schon. Ich will dich nur austauschen. Ich will dich nicht umbringen. Falls dich das beruhigt. Warum haben wir die Pferde genau neben Steinfresser, dem Golem, platziert? Wo bist du? Ich hab's geschafft. Okay, also nochmal zu den Menschen. Jetzt stell dich nicht so an hier. Guck mal, wir müssen nur ein bisschen nach Norden. Das ist doch ja nüscht. Da, hier. Jetzt nach rechts, genau. Aber hier müssen wir jetzt doch... Da geht's nicht. Da müssen wir doch nur... Nächste rechts. Zweite links und dann sind wir da. Okay. Oder was? Oder wie? Oder wie? Ja, sagst du mal was? Können wir jetzt machen, oder? Ja, machen wir. Ganz unsicher. Nee, ich bin nicht unsicher. Ich sag das ganz provokant, weil du einfach schweigst. Und dann sag ich, ey, 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 was ist denn nun mit meinem Pony? Ah, andere Richtung. Siehst du, das Pferd hier, das hat so eine schlechte Besteinigung. Gibt Kette, Mann. Hier ist ein Milizlager. Wo bist denn du überhaupt da oben? Na, du bist immer zu Pferderanbahnen. Alles verwetten. Unser ganzer Silber. Ja, aber ein kleines Spielproblem. Ich gebe es zu. Gibt's hier nicht auch schon welche? Und es nur bei der Pferderennbahn, Pferdis? Ja, bei der Pferderennbahn ist es entspannt und da gibt's viele. Das ist gut. Dann habe ich die Auswahl. Hier gibt's ganz viele Gebälzeboobs. Die sehen alle gleich aus. Seid ihr aus dem gleichen Wurf? Oh Gott, das wollte ich nicht. Okay. Ich hab den falschen, die falsche Taste gedrückt. Hier auf der anderen Seite ist vielleicht was für dich. Moment. Die haben alle so eine schlechte... Die haben alle die gleichen Werte, glaube ich. Die ganzen Bälzeboobs. Da musst du erst dich draufsetzen, ne? Muss man? Ich dachte, man kann auch, wenn man daneben steht, reingucken. Erst wenn er dir gehört. Und dir gehört er erst, wenn du dich da mal draufgesetzt hast. Ja, 5,6835614. Ich kann euch schon gar nicht mehr auseinanderhalten. Oh Gott, hups. Bleib hier. Pferd. Ah, es tarnt sich in der Sonne. Nein, es schützt sich in der Sonne. Hier ist noch mehr, ne? Ja, ja, ich komm hier schon, ich komm hier schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aua. Das war ein Sprung. Okay, du bist eh schlecht. Drei, fünf. Entschuldigung. Okay, das ist dekt. Äh. 9,9,5,0,12. Okay, das ist halt auch schon gar nicht so schlecht. Nein, 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 das ist meins. Das ist deins. Das ist meins. Da steht kein Name drauf. Ich sitze drauf, mir gehört das. Du hast gesagt, wenn man drauf sitzt, dann gehört einem das. Runter. Hast du gesagt. Hat er gesagt. Das ist schlechter. Da steht ein Name dran. Meins. Was ist mit euch beiden Kollegen hier? Fendt ihr was? Boah, das hat eine mega krasse Drehgeschwindigkeit. Das ist ein kleines Kreiselpferdchen. Das hier auch. Hm, ist irgendwie kein so richtig Gutes dabei. Gibt es hier noch mehr? Irgendwo? Ich glaube nicht hier, aber an den Höfen müssen wir da mal gucken. An den Höfen. Ich glaube, hier ist kein Spargel. Wo habt ihr eure Pferde versteckt, Bäuerinnen? Erzählt's mir. Dann lasse ich deine Familie vielleicht leben. Das ist eine Kuh. Das kannst du nehmen. Nehmen wir den Unterschied. Das eine hat zwei Hörnchen. Komm mal her, du kleiner Schurke. Hä? Vielleicht habe ich aus Versehen losgelassen beim Kaffee trinken. Ich fand dann Kaffee doch wichtiger als Blut. So. Dann müssen wir hier leider noch ein, zwei Höfchen abrücken. Das wäre nicht passiert, wenn meine Belzebar einfach da geblieben wäre. Wenn du sie getränkt hättest. Kann ich meinen Diener damit mal auftragen, meinen neuen? So, hier, was ist denn hier? Hier ist irgendein Schloss, gell? Hm. Ich glaube, weiter in den Norden ist auch noch ein. Ja, hier sind zwei Pferde. Riecht zwar ein bisschen Knoblauch hier, aber... Das sind die besten Pferde. Die nach Knoblauch riechen, das sind die wahren Heldenpferde. Galopp! Stella! Okay. Wo sind die? Da. Hier ist eins. Hier sind zwei. Hm. Hm. Jetzt bin ich hier schon wieder... Ist das geschafft. Gerade Absteiger hassen diesen Trick. Komm, bitte Pferd, sei gut. Naja, besser als das sonst so bisherige. Wenn hier sonst keine anderen rumstehen. Hier ist noch eins. Obwohl, nee, das war mein altes, mit dem ich hergekommen bin, oder? Oder nicht? Ich sehe vor, lauter Pferden. Das Pony nicht mehr. Okay, du bist schlecht da. Okay. Wie kann man das umbenennen? Ganz oben rechts ist so ein... ...Editier-Button. Wenn du im Tab drin bist bei dem Pferd. Das heißt Rhapsody. Okay, machen wir weg. Komm mal her, klein und 21er Krieger. Okay. Okay. Okay, dann ist die Folge ja vorbei, oder? Hm. Ja, wollen wir noch zurück. Und obwohl ich habe ja schon so ein bisschen geguckt, was die gebracht haben. Ich würde sagen, ja, die Folge ist eigentlich schon zu lang, deswegen ist hier Schluss. Wer noch dabei ist, ich würde mich sehr über ein Like oder ein Abo freuen als Unterstützung, dann bin ich auch motiviert, hier weiter zu zocken. So. Ich wünsche euch noch einen hoffentlich kühleren Abend als bei uns hier und ja, hau rein. Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.